PortoBay präsentiert das neue Prestige. Unser Treueprogramm ist jetzt noch besser, aktueller, flexibler und noch näher an unseren Gästen. Möchten Sie wissen, was sich bei Ihrem Prestigeprogramm geändert hat? Dann lassen Sie uns loslegen. Prestige besteht aus vier Stufen – Welcome, Silver, Gold und einer ganz besonderen neuen Premium-Stufe – Platinum. Prestige Blue-Mitglieder werden zu Prestige Silver-Mitgliedern und behalten alle Vorteile. Sind Sie bereit für mehr? Jetzt zählen auch die einzelnen Übernachtungen. Es stimmt, Ihre Prestigestufe wird jetzt in Experience Points berechnet, basierend auf der Anzahl der Aufenthalte und Nächte, die Sie in einem Hotel von PortoBay verbracht haben. Wir übernehmen die Berechnung für Sie. Jeder Aufenthalt ist 6 XP und jede Übernachtung 1 XP wert. XP sammeln, um aufzusteigen. Keine Sorge, niemand fängt bei Null an. Ihre bisherigen Übernachtungen werden angerechnet und kein Prestigemitglied wird unter seine derzeitige Stufe zurückgestuft. Die neue Prestigekarte ist digital. Ein weiterer Schritt in Sachen Nachhaltigkeit von PortoBay. Ihre Prestigekarte finden Sie in der App von PortoBay oder in Ihrem persönlichen Bereich auf portobay.com. Apropos App von PortoBay. Laden Sie sie jetzt herunter und schließen Sie Ihre Registrierung ab. In der App können Sie auf Ihre Daten zugreifen, Ihre neue Prestigekarte ansehen, Ihr Gesamt XP, Ihre Vorteile und Angebote überprüfen, sowie weitere Funktionen nutzen. Was meinen Sie? Wir haben ja gesagt, dass es eine Verbesserung ist. Und das ist noch nicht alles. Wir melden uns bald mit weiteren Neuigkeiten. Jeu! Die Option wrath, würde ich möglichst schnell wieder verdienen. Wir haben jetzt nochmal geschützt.